Zwickauer Energieversorgung. Die Energie der Region. Zwickau freut sich über Investitionen der Industrie. 13.000 Besucher beim MDR Jump Osterfeuer und FSV Zwickau will weiter um Punkte kämpfen. Tag aktuell, das regionale Abendmagazin. Liebe Zuschauer, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu Tag aktuell vom Freitag. Überall hört man derzeit, es ginge der Wirtschaft schlecht. Das Wachstum geht immer weiter zurück, die Zukunft sieht düster aus. Und genau in dieser Zeit begeht man in der Zwickauer Seilerstraße den ersten Spatenstich für ein neues Verwaltungsgebäude eines Industrieunternehmens. Auf den ersten Blick passt das nicht so recht zusammen. Doch wenn man hinter die Kulissen schaut, wird deutlich, dass die Industrie selbst die Situation gar nicht so schlecht sieht. In der Seilerstraße 7 wird gebaut. Doch diesmal sind es keine Eigenheime. Hier wird an der Erweiterung eines Industriestandortes gearbeitet. Die Witzenmann-Gruppe führt eine große Restrukturierungsmassnahme durch mit Zusammenlegungen von Standorten und erheblichen Investitionen. In Zwickau fällt dabei positiv auf, dass eben nicht auf der grünen Wiese gebaut wird. Die Gebäude und die Lager angrenzend an das frühere Horch- und spätere Sachsenringgelände zeigen, dass hier ein alter Standort revitalisiert wird. Der Standort hat ja über 100 Jahre Geschichte. Wir haben ihn dann nach der Wende übernommen und hatten ja dann in Werder und in Zwickau zwei Standorte. Und die fahren wir jetzt gerade hier in Zwickau zusammen. Das freut natürlich auch die Vertreter der Stadt. Denn ein derart historisches Industrieensemble anderweitig zu nutzen, wäre vor allem in Zeitenklammerkassen kaum zu stemmen. Also das ist unglaublich schön, wenn man in der heutigen Zeit mit der schwierigen Entwicklung in der Baubranche so ein Event begehen kann und einen Spatenstich vornehmen kann und weiß, dass hier ein Unternehmen in Zwickau 6 Millionen Euro in seinen Standort investiert für einen neuen Bau. Das macht einen unglaublich stolz und glücklich. In den Ansprachen der Geschäftsleitung war auch etwas anderes positiv herauszuhören. Es sind nicht die neuen Länder oder die ostdeutschen Länder. Es sind ganz einfach die Sachsen. Auch das ist 30 Jahre nach der Wiedervereinigung noch nicht in allen Köpfen. Hier ist es nicht nur Firmendoktrin, es sind vielfach auch die eigenen Erfahrungen. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Fan von den Sachsen. Ich mag die Leute hier sehr. Man ist eben direkt und freundlich und auch kameradschaftlich. Und man lässt sich auch nicht so gerne ein X von UV machen. Also mir persönlich liegen die Sachsen sehr. Nun hieß es 6 Millionen, das ist für die heutige Zeit im Bau nicht gerade ein Pappenstiel. Das ist kein Pappenstiel, das muss man ganz ehrlich sagen. Wobei der Bau selber liegt so bei 2 Millionen Euro. Wir haben aber auch in dieses Gebäude hier links hinter uns noch investiert, das ist die Produktion. Und dort auch noch wichtig, große Maschinen gekauft, damit auch die Fertigung einen anderen Produktionsschub bekommt. Fertigung made in Germany ist auch nicht mehr unbedingt so, das was man so im Allgemeinen kennt. China ist da ein bisschen weiter, aber Witzmann produziert auch weiterhin hier in Deutschland. Ja, wir produzieren hier in Deutschland, an mehreren Standorten sogar. Wir sind auch in Hamburg tätig, wir sind hier in Zwickau, wir sind auch in Xanten und in Pforzheim ist unser großes Stammhaus. Und dort hat es auch nochmal drei Standorte. Aber wir sind schon eine internationale Gruppe. Wir haben 21 Töchter und auch eine in China. Dabei, so Philipp Paschen weiter, werden auch immer die Mentalitäten vor Ort beachtet. So international die Gruppe aufgestellt ist, in China arbeiten Chinesen, in Hamburg arbeiten Norddeutsche und in Zwickau arbeiten Sachsen. Das und auch das vorhandene Wissen und Können vor Ort sind eben ein Standortfaktor. Ich glaube auch, dass die Muttergesellschaft hier an den Standort glaubt und weiß, dass es die Fachkräfte hier gibt, die für das spezielle Produkt, was es im Rohrleitungsbau braucht, hier einfach zu finden ist. Und das macht umso mehr Stolz als Stadt Zwickau. Mit solchen Aussagen stellen sich die Stadt Zwickau und auch die Witzenmann-Gruppe gegen einen Trend in Deutschland. Viele Menschen sehen alles nur noch negativ. Auch wenn es den sprichwörtlichen Jammer-Ossi schon lange nicht mehr gibt. Das ist richtig, aber auf das Jammern haben die Ostdeutschen kein Patent. Das ist ja leider in ganz Deutschland mittlerweile so. Ich denke, wir müssen eben auch unbedingt in Deutschland investieren, auch in unsere Köpfe, in unser Können. Das ist relativ wichtig, denn wir sind auch ein deutsches Unternehmen. Für Witzenmann, schon seit 1854 sind wir ja schon tätig. Ein absolutes Muss, auch in Deutschland Investitionen vorzunehmen. Damit die Investitionen auch getätigt werden können, lasst uns endlich zur Tat schreiten. Die Spaten für alle Beteiligten stehen bereit und fast schon generalstabsmäßig geplant läuft die Zeremonie ab. Punkt drei, anheben. Anheben, los. Noch Hissen weg. Achtung, gleich. Punkt vier, nach vorne bitte. Und jetzt? Und jetzt? Los. Hey! Okay. Danke. Geschafft. Aber was ist denn nun das Besondere am Standort und am neuen Gebäude? Das Besondere an dem Gebäude ist, dass wir eben diese zwei Standorte hier in Zwickau konzentrieren. Und hier entsteht ein Werk für eine Produktgruppe, die nennt sich Rohrhalterungen. Und nur dieses Werk bei uns in unserer Gruppe kann diese Produkte. Und wir haben hier noch einen wirklich schönen Backsteinbau, wo die Verwaltung drin ist, aber der ist leider in die Jahre gekommen. Und jetzt bauen wir hier ein komplett klimaneutrales neues Verwaltungsgebäude für die Kollegen in der Teppichetage sozusagen. Bei einem Rundgang durch die neue Halle wurde schnell klar, das ist hier nicht mehr die klassische Industrie, in der mit wenigen Handgriffen Massenprodukte hergestellt werden. Auch deshalb ist die sogenannte Teppichetage wichtig. Dort ist auch die Weiterentwicklung der Produkte angesiedelt. Denn der Markt erwartet eine hohe Anpassungsfähigkeit und das kann man auch nicht mit uralter Infrastruktur bewerkstelligen. Seit Oktober letzten Jahres haben wir den Standort restrukturiert und produzieren seit Oktober letzten Jahres hier am Standort. Beim Rundgang präsentierte der Betriebsleiter auch einen der hier produzierten Rohrhalter. Also für die Zuleitung zur Dusche im Bad ist das garantiert nicht vorgesehen. Das ist nicht für die Dusche, das ist für die Industrie. Einer unserer größten Kunden ist BASF. Für den produzieren wir Rohrhalter in jeglicher Art und Weise. Wie viele Leute sind hier überhaupt? Zur Zeit sind wir 82 Mitarbeiter, natürlich mit Wachstum, deswegen auch der neue Standort mit neuen Verwaltungsgebäuden. Und die Rohrhalterungen sind hier so das Hauptprodukt? Genau, also wir produzieren den Rohrhalter hier. Es gab ursprünglich noch Metallschläuche, die sind aber verlagert worden, Firmenintern. Und wir konzentrieren uns jetzt nur noch auf den Bereich Rohrhalter für die Industrie. Eine solche Spezialisierung ist in der heutigen Wirtschaft gang und gäbe. Dabei ist vor allem von Vorteil, dass sich ein hohes Spezialwissen etabliert. Damit wird nicht nur dieser Standort aufgewertet, auch für die Stadt Zwickau ist das positiv zu werten. Eine Aufgabe gibt es aber noch. Die Zufahrt zum Standort ist noch nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Also konkrete Projekte gibt es noch nicht, aber wir sind ja im Moment sowieso mit einem großen Straßenbauprogramm unterwegs. Und wir werden uns auch diesen Straßenzug anschauen und schauen, ob wir den mittelfristig dann mit einordnen können im Haushalt für eine Erneuerung. Bei der Witzenmann Sachsen GmbH hört man das gern. Und es gibt noch viel Platz für Ansiedelung an der Seilerstraße, diesem traditionsreichen, vitalen Industriestandort. Am gestrigen Donnerstag endete um 18 Uhr die Frist, um für die Stadtratswahl Wahlvorschläge einzureichen. Insgesamt nutzten zwölf Parteien und Wählervereinigungen diese Möglichkeit. Über deren Zulassung entscheidet nun der vom Stadtrat gewählte Gemeindewahlausschuss in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, dem 10. April um 15 Uhr. Neben den schon bisher im Stadtrat vertretenen Parteien und Wählervereinigungen bedurfte es bei fünf Parteien und Wählervereinigungen bzw. Einzelkandidaten 160 Unterstützungsunterschriften, die bis gestern Abend geleistet werden mussten. Mit bei der Wahl vertreten sein werden die Parteien, Wählervereinigungen bzw. Einzelkandidaten 2ZG Zwickau zusammengestalten, das Bündnis Sarah Wagenknecht und die Partei Freie Sachsen. Alle Ergebnisse der eingerechten Wahlvorschläge für die Stadtratswahl und die Ortschaftswahlen finden Sie auch nochmal auf der Internetseite der Stadt Zwickau. Anne Kuhl übernimmt ab dem 8. April die Stelle der Stadtmanagerin. Die 43-jährige gebürtige Zwickauerin hatte, damals noch unter dem Namen Klüglich, diese Position bereits von August 2016 bis Oktober 2017 inne. Sie gehört wie ihre Vorgängerinnen zum Team des Amtes für Wirtschaftsförderung. Kuhl freut sich auf die neue Tätigkeit. Sie sieht gern ihren Aufgaben und der Zusammenarbeit mit allen Beteiligten entgegen und freut sich auf die zahlreichen Projekte, die in Zukunft umgesetzt werden. Das Büro der Stadtmanagerin befindet sich weiterhin im Erdgeschoss der Katharinenstraße 11. Werbung Das Sanitätshaus bietet den Komplettservice aus einer Hand. Zentralisiert in der äußeren Dresdner Straße 12 in Zwickau finden die Kunden hier beste Voraussetzungen für eine ganzheitliche sowie allumfassende Beratung und Versorgung. Das freundliche und bestens ausgebildete Team mit oft langjähriger Berufserfahrung nimmt Sie an die Hand. Ob Wundversorgung, Trink- oder Sondennahrung, Stoma- und Inkontinenzversorgung – alles ist vorrätig im Sanitätshaus Dreitschke. In der modernen, gräumigen Orthopädieabteilung reicht das Spektrum von orthopädischen Schuheinlagen über Orthesen bis hin zu individuell angefertigten Prothesen für Arm und Bein. Fordern Sie uns! Wir sind rund um die Uhr für Sie erreichbar. Parkplätze stehen direkt vor der Tür zur Verfügung. Sanitätshaus Dreitschke – äußere Dresdner Straße 12 in Zwickau Dresdner Straße 12 in Zwickau Und hinterher eine gemütliche Runde ist es auch nochmal schön hier zu sitzen. Internet mit bis zu 1000 Mbit. Einfach gebucht, schnell verbunden und viel gespart. Bis zu 1000 Mbit ab monatlich nur 39,99 Euro. Plus Gratis-TV. Jetzt informieren auf pure.com Regionaler Finanzdienstleister und Förderer der Kultur. Die Sparkasse Zwickau präsentiert die Empfehlung für Ihre Freizeit. Die Spitzenstadt Plauen hat das Voting um das MDR Jump Osterfeuer 2024 gewonnen und konnte am vergangenen Ostersamstag eine riesige Sause feiern. Etliche namhafte Künstler waren eingeladen, um ordentlich Stimmung zu machen und die Zuschauer sowohl Open Air auf dem Gelände des Vogtlandstadions, aber auch live im TV bestens zu unterhalten. Moderiert wurde die Show von Sarah von Neuburg und Lars Christian Karde von der MDR Jump Morning Show. Bereits Stunden vor Beginn strömten die Besucher aufs Festgelände. Alle wollten ihren Lieblingen ganz nah sein. Die Live-Übertragung startete pünktlich 20.15 Uhr. An diesem Samstagabend war für alle Generationen etwas dabei. Das etwas ältere Publikum kam da zum Beispiel mit altbekannten Titeln von Raids at Fred, Live Aldine oder Maschine voll auf ihre Kosten. Große Begeisterung Die Live-Übertragung zeigte sich dann beim vorwiegend jüngeren Publikum, als ein ganz junger Künstler die Bühne betrat, Iggy Kelly. Wie es der Name schon verrät, gehört Iggy zur Kelly-Family und hat seine musikalische Karriere damals bei The Voice Kids gestartet. Boah, das war schon eine sehr, sehr krasse Zeit. Also ich glaube, das Ding ist, wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, vor allem als kleiner Junge, ist das super aufregend. Und man freut sich natürlich sehr, vor so vielen Menschen dann auftreten zu dürfen. Deswegen war The Voice Kids schon eine sehr, 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 sehr schöne Zeit. Und ja, also ich glaube, nach The Voice Kids habe ich wirklich so für mich gemerkt, boah, ich will das die ganze Zeit weitermachen. Dann kamen die ersten eigenständigen Auftritte. Ich habe irgendwie angefangen, Musik rauszubringen. Ja, und dann kam alles super an und ich habe mich sehr gefreut. Und ja, dieses Jahr habe ich dann irgendwie, ja, geschafft, an die Spitze der Radio-Charts zu kommen. Und jeden Tag schicken wir Leute Videos, wie die mich im Supermarkt, im Restaurant, irgendwie in Shopping-Malls und so hören oder generell im Auto. Und das ist einfach so krass zu sehen, wie sich sowas entwickeln kann, wenn man einfach dran bleibt und immer weitermacht. Das ist echt crazy. Er verriet uns, was in diesem Jahr so alles ansteht bei ihm. Also, diesen Sommer haben wir ganz viele Radio-Festivals geplant, wo ich natürlich jetzt fleißig viel übe. Heute sozusagen Startschuss hier. Und ja, total crazy. Also ich glaube, diesen Sommer haben wir ganz, ganz viel voll. Und ich freue mich sehr auf die Zeit. Natürlich arbeite ich parallel noch weiter an neuer Musik. Und ja, so machen wir jetzt erstmal weiter. Backstage trafen wir am vergangenen Samstag noch auf einen Künstler, dessen Musik bei vielen Menschen tief verankert ist. Seinen Namen und sein Gesicht kannte bis vor einiger Zeit kaum jemand. Die Rede ist von Philipp Dittberner. Aus diesem Grund startete er über Social Media vor geraumer Zeit gewisse Umfragen. Wir haben das damals, das war so ein Social Media Moment, wo wir einfach so schamlos mit meiner Selbstironie, die ich irgendwie ja in mir trage, einfach mal probiert haben, die Leute anzusprechen auf der Straße. Und das haben wir dann so auf die Spitze getrieben, bis wir es dann irgendwann nicht mehr machen konnten. Dann kannten die Leute mich auf der Straße mit der Gitarre und tatsächlich auch mein Gesicht. Aus dem Gag ist irgendwie ein riesiges Format geworden. Es war natürlich lustig, dass es so funktioniert hat. Der Start seiner großen Karriere begann mit einem Familiengeschenk. Irgendwann mal eine Gitarre geschenkt bekommen von meiner Oma. Dann irgendwann nicht mehr so richtig Sportinteresse gewesen. Irgendwie viel Radio, Gitarrenmusik gehört. Und dann habe ich gedacht, okay, da kann auch irgendwie Gitarre mir selber beibringen. Ich probiere es einfach mal aus. Und dann irgendwann war ich bei Bands am Start in unterschiedlichen Projekten und habe einfach fleißig drauf losgeschrieben. Philipp Ditt-Berner spricht mit seiner Musik vielen Menschen aus dem Herzen. Deshalb kamen auch am vergangenen Samstag viele Besucher nur wegen ihm. Und er hat gern zugesagt, beim MDR-Chump Osterfeuer dabei zu sein, aus einem guten Grund. Es ist ja, was witzig ist, wissen wahrscheinlich wenig Leute, die heute hier sind. Mein allererstes Bandkonzert war auch ein Plauen. Mein allererstes Bandkonzert, was ich vor zehn Jahren, glaube ich, hatte mit Sascha zusammen, war ein Plauen. Deswegen, als ich gesehen habe, vielleicht wird es Plauen, muss ich auf jeden Fall dabei sein. Für Beifallsstürme sorgte dann auch das deutsche DJ-Duo gestört aber geil. Im Gepäck hatten die zwei jungen Männer auch Stars wie Dennis Mansfeld oder Anna Gray. DJs gibt es ja heutzutage wie Sand am Meer. Diese beiden jedoch haben den Durchbruch geschafft, sind allseits bekannt und haben eine treue Fangemeinde. Was ist ihr Geheimrezept? Ich denke mal, ein großes Ding ist, wir sind uns immer treu geblieben und wir haben so ein bisschen Wiedererkennungswert, denke ich mal. Also wenn man eine Nummer von uns hört oder beim Auftritt ist, man erkennt es einfach auch wieder irgendwo. Vielleicht hat auch der Name ein bisschen geholfen, dass man das immer wieder erkennt. Auch für gestört aber geil steht dieses Jahr viel im Veranstaltungskalender. Oh alles, also wir haben alle Festivals dieses Jahr, also wirklich von den großen hier in der Gegend, sei es Sonnenmund, Sterne oder das Sputnik Spring Break über den World Club Tour mit Frankfurt. Also alles. Wir haben unser eigenes Festival in Berlin, wo wir ausverkauft sind. Ausverkauft? 17.000 Tickets in der Berliner Wuhlheide und dann das sind so die Jahreshighlights und ansonsten halt die Tour an sich. Also alles mögliche, die Clubs, die jetzt noch anstehen, die kleineren Open Airs, heute das Osterfeuer, was was ganz anderes ist. Also alles mögliche dieses Jahr. Egal ob Loi, Luana oder Riku Rayama, sie alle begeisterten an diesem Abend die 13.000 Besucher in Plauen, aber auch live im MDR Fernsehen. Als das Feuer dann allmählich am Niederbrennen war, neigte sich auch dieser musikalische Abend so langsam dem Ende entgegen. Den Abschluss der Show bildete dann Maschine featuring Nessie mit dem eher nachdenklichen Titel das Buch. Und die Gier so groß werden, dass nichts, aber auch nichts mehr sie retten kann. Dann vielleicht gibt es dort auch einen Ruf. Das heißt, der Untergang der Erde. Es wird über uns berichten, über unser Leben, über unseren Tod und über Feuer, dass so groß war, dass keine Tränen es löschen konnten. Bis eben zur letzten Sekunde, als die Erde aufhüllte, zu existieren. Der regionale Sport wird Ihnen präsentiert von Hofmann Metall. Ihr Experte für Ressourcenrückgewinnung. Der FSV Zwickau will nach der Auswärtsniederlage in Chemnitz am vergangenen Wochenende nun wieder angreifen. Am Sonntag fahren die Jungs von Trainer Rico Schmidt nach Berlin. Dort treffen sie auf die VSG Altklinike. Es wird kein leichtes Spiel, wie die Hinrunde schon bewiesen hat. Auch die Mannschaft muss auf einige Spieler aufgrund von Verletzungen verzichten. Alle Informationen zum Spiel und wie die Schwäne doch versuchen wollen, Punkte einzufahren, gab es in der heutigen Pressekonferenz. Guten Morgen, die überschaubare kleine Runde heute für unser Auswärtsspiel am kommenden Sonntag. Wir sind um 13 Uhr zu Gast bei der VSG Altklinike Rico. VSG Altklinike, mal an die Hinrunde denken. Liegt das nicht ganz so optimal für uns an dem Tag. Jetzt in Vorbereitung auf das Rückspiel. Ein paar personelle Sorgen. Wie wird das denn noch angehen? Ja, ich lücke auf erstmal. Eine kleine Runde, wie du sagst, das sagst, Daniel. Aber eine feine Runde, außerlesene Runde. Und das passt natürlich auch ein Stück weit auch zu dem Spiel. Altklinike ist jetzt ja nicht so vom Namen her so ein Kracher wie jetzt letztes Wochenende, Sonntag in Chemnitz, Bezirksterby. Oder auch andere Mannschaften, Leipzig, KZS, Jena und so weiter und so fort. Sondern es ist eine Berliner Mannschaft, auch mit Tradition verbunden, aber auch mit einer gewissen wirtschaftlichen, guten Basis dahinter, wenn man sich so die Spiele anschaut. Wir brauchen jetzt so eine große Sitzung auf Altklinike und Hinspiel und jetzt Rückspiel und Hinspiel 05. Jetzt haben wir das Sonntagsspiel vor Augen und für uns heißt es, so heißt es hier, Senker, wieder mal eine Ausrufezeichnisse. Jetzt sind wir jetzt mal wieder dran. Zweimal 0-2-Volo, gerade auch das Bezirksdorby in Chemnitz, was du nicht verlieren musst. Das sind ja immer so Erkenntnisse. Wir sagen, auch ich jetzt als Trainer, bin der Letzte. Wir sehen das auch mit wachen Augen. Du bist chancenlos an so einem Tag. Aber es ist nicht chancenlos gewesen in Chemnitz. Es war nicht chancenlos bei Viktoria Berlin. Wir waren nicht chancenlos bei Baresberg, wo wir verloren haben, aber wo es eben auch schon zur Halbzeit 0-2 stand. In allen drei Spielen und wenn du 0-2 zur Halbzeit hinten liegst, dann ist es monsterschwer zurückzukommen. Und das nehmen wir jetzt auch wieder in das Sonntagsspiel mit, dass wir diese Wachheit brauchen, diese Ekeligkeit brauchen. Ja, das hat uns in der einen oder anderen Situation noch am Sonntag gefehlt. So die Giftigkeit, aber Chemnitz, die Chemnitzer Spieler final, so in diesen kleinen Aktionen, griffiger, agiler, vom Denken her schneller. Und auch was die Gegentore betrifft, ist es ja nicht so, dass wir jetzt da groß ausgespielt worden sind oder ein Sonntagsschiss, was jetzt ganz schwer zu verteidigen ist. Sondern, oder ich sage mal eine Sensationskombination, ich denke da an unsere Tour gegen Hertha BSC 2. Mannschaft. Was, da kann auch immer der gegnerische Trainer sagen, du musst noch das machen, das machen. Das war ein super herausgespieltes Tor. Das hatten wir nicht, sondern wir hatten individuelle Fehler. Das war, weil Viktoria Berlin der Fall war, wo du am Anfang und zum Ende der Halbzeit hinten liegst. Und das war jetzt am Sonntag genau dasselbe. Individuelle Fehler führen zu Gegentouren. Das ist immer so, aber es sind dann auch mal grobe individuelle Fehler. Und das gilt es halt für den Sonntag, kommenden Sonntag in Altlinicke unter hochsommerlichen Temperaturen, kann man auch mit dazu, mitzunehmen. Und eben auch dieses Ausrufezeichen zu setzen, dass wir auch wieder da sind. Ja, sonst sind wir nicht mehr ganz so sexy. Wir sind ja nicht mehr sexy. Wir haben jetzt jetzt zweimal in Folge Punktspiel verloren, Pokalspiel Fortuna Solitek bespielt. Aber Halbfinale, das ist ganz, ganz weit hinten. Das spielt überhaupt keine Rolle, sondern für uns gilt es halt jetzt in der Meisterschaft weiter dran zu bleiben. Und für jeden einzelnen Spieler auch ein Stück weit auch zu markern. Wieder eine bessere Leistung zu bringen als Mannschaft. Doch auch der Einzelne, diese Wachheit, diese Aufmerksamkeit, dass wir in Altlinicke auch in der Lage sind zu pumpen. Ja, und zu zeigen. Und das ist schon auch ein schweres Auswärtsspiel. Und da auch, ja, sagen wir mal so, was die Atmosphäre betrifft, ein bisschen, ja, wie kann man... Lägel. Bitte? Lägel. Lägel. Ja, Lägel. Also wir werden ja unterstützt von unseren Fans, aber es gibt keine Heimfans. Ja, also wir werden schon, wir haben schon eine Fanbase da und das gilt es halt auch wieder für uns mitzunehmen, dass wir dann ja noch im Bus sitzen oder nach fünf Minuten, nach acht Minuten uns angucken und dann die Schultern immer, immer, immer tiefer werden, sondern dann brauchen wir auch ein paar Boys auf dem Feld, die auch zeigen, wir wollen den Spiegel. In der personellen Situation, das hat jetzt gerade Daniel gesagt, die wir, wo wir ein bisschen sehr, sehr angespannt sind, weil wir da auch aus den Sonntagsspielen ein paar verletzte Spieler mitgenommen haben. Und aktuell ist es so, dass wir elf gesunde Feldspieler haben, dazu zählt auch der Senker. Elf gesunde plus zwei Töter, plus, so wie es aussieht, nehmen wir ein paar Jungs aus der U9 mit. Und das macht es natürlich nochmal spezieller, so eine Aufgabe in eine Klinik einzugehen, aber da tun wir eine Romjammel. Das ist auch für den einen oder anderen auch wieder zu markern, ich bin da, ich habe auch eine Daseinsberechtigung des Trainings, das eine Wettkampfbetrieb und zu zeigen, gegen dann gegnerische Spieler oder mit seiner Mannschaft am Thema zu arbeiten, erfolgreich zu arbeiten, ist das andere. Wow, so einfach ist das. Eine richtig tolle Wohnung und eine Ausstattung, die wir aussuchen konnten. Genau die Küche, die tollen Fliesen an der Wand, eine richtig schöne Dusche. Und das nur für ein paar Euro mehr im Monat. Wenn alles so einfach wäre, dann müsste sich die Steuererklärung selber ausfüllen, es nie mehr Bad Hair Days geben, Kaffee nie kalt werden, man nur nette Verwandte haben und immer Grünphasen auf dem Weg. Man müsste sich beamen können und Zeitreisen wären möglich. Wow. Sie müssen nur noch unterschreiben. Bestimme deine Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Die Miete und Ausstattung selbst mit dem Mietkonfigurator der GGZ. Tanzen bedeutet für mich Lebensfreude. Manche Drehungen oder Körperhaltungen können sich schmerzhaft auf die Gelenke auswirken. Das habe ich im vergangenen Jahr öfters gespürt. Ich bin schon Anfang 60. Und dann hat mich mein Tanzpartner mit einer Flasche Rosaxan überrascht. Seitdem ich die regelmäßig einnehme, kann ich wieder unbeschwert tanzen. Die Hagebutter hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosaxan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Das Wetter wird Ihnen präsentiert von der Westsächsischen Wohn- und Baugenossenschaft. Bei uns wohnt die Zukunft. Nun steht es vor der Türe. Das Sommerwochenende Anfang April. Morgen erwartet uns ein sonniger Tag mit Höchstwerten von 25 Grad. Nur am Vormittag zeigen sich ein paar Wolken, aus denen sich der eine oder andere Schauer entladen kann. Bei Spitzenwerten von 26 Grad gibt es am Sonntag Sonne satt. Nur am Nachmittag ziehen gelegentlich harmlose Wolken ins Sendegebiet. Sommerlich warm kommt auch der Montag daher. Dann kratzen wir schon mal an der 30 Grad Marke. Sonnenschein dominiert das Wettergeschehen im Sendegebiet. Nur einzelne Wolken schieben sich gelegentlich vor die Sonne. Auch der Dienstag wird ein recht schöner Tag. Dann klettert das Quecksilber bis auf 18 Grad. Und Sonnenschein wird, abgesehen von ein paar unbedeutenden Wolken, unser Begleiter sein. Ja, liebe Zuschauer, das war's von Tag Aktuell für den Freitag. Mir bleibt jetzt nur noch Ihnen ein schönes Wochenende zu wünschen. Genießen Sie die Sonnenstrahlen, die warmen Temperaturen und vergessen Sie nicht, in der kommenden Woche wieder einzuschalten. Bis dahin, machen Sie's gut. Tschüss. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020